Servus liebe Leute, heute mal kein klassisches React Video oder Gaming Video und zwar nehme ich euch heute mit auf die HR-Sommertour 2022. Wir waren live vor Ort und das könnt ihr jetzt in diesem Video alles sehen von dem ganzen Tag, den wir da verbracht haben und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah, sind wir mal hier bei den lieben Netten von der VR-Bank und machen noch mal so ein Gewinnspiel mit. Das heißt, wir müssen jetzt hier ganz viele von diesen kleinen Häschen zählen. Leute, schauen wir mal, wie viele wir zählen. Fangen wir mal an, wo wir welche finden. Guck mal, da haben wir schon mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun, 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 neun haben wir schon mal hier gesehen. Neun, 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 neun. Irgendwo noch hier einer dabei, versteckt? Gucken wir mal, zehn haben wir schon mal hier gefunden. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Ja, ich sag's so schön, ich bin so, ne? 15, 18, 19, 20. Haben wir genau richtig gezählt. Ich denke, dann sind wir fertig. 20 Stück, ja? Machen wir mal mit. Jawohl. Schreiben wir es mal auf hier. Und dann schauen wir mal und machen mit. Und wenn wir gewonnen haben, haben wir gewonnen. So, das war's dann hier von der HR-Hessenschau. In diesem Sinne, wir sehen uns bei meinem nächsten YouTube-Video wieder. Euer SpoonTV.